Hallo, ich bin's wieder, Bastian, und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Wer mich so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen kennt, der weiß genau, dass ich ein ziemlich chaotischer Kopf bin und nicht die Beste bin in Strukturieren und Planen und so weiter. Und so sieht es auch ein bisschen bei meinem Podcast aus. Also nach außen hin wirkt es immer alles ganz gut, so zumindest das Feedback, was ich bekomme. Aber ich hangel mich so thematisch echt von Woche zu Woche. Also es ist gar nicht so, dass mir der Inhalt fehlt, dadurch, dass ich einfach so viel selbst aus meinem Leben darauf projiziere und meine Handlungen und Gedanken und so weiter dort reflektiere, geht es eigentlich. Aber ich habe jetzt überhaupt nicht sowas wie einen Redaktionsplan oder so eine Planung irgendwie, wie es eigentlich von allen empfohlen wird. Aber ich dachte mir, komm, so ein bisschen kann man ja langsam damit mal anfangen. Weil die letzten Woche, ja, der eine oder andere Hörer hat das schon gemerkt und auch geschrieben, war es nicht ganz so regelmäßig mit meinem Podcast. Also schon regelmäßig, aber manchmal so ein bisschen verspätet. Und das wollte ich jetzt gerne mal so ein bisschen professionalisieren und habe deswegen mal so ein bisschen nach Themenvorschlägen bei euch gefragt. Also über Instagram und über Facebook habe ich gefragt, was denn so Themen wären, die euch interessieren, wo ihr denkt, Mensch, da hätte ich gerne mal die Meinung von Bastian zu oder irgendwie, wo ihr einfach selbst nicht weiter wisst. Genau, und habe da einfach gefragt, was würden euch für Themen interessieren, die ich hier auf meinem Podcast noch ein bisschen behandeln könnte. Also es sollte schon irgendwo um die Ernährungspsychologie gehen im Kern. Genau. Und da habe ich einfach mal so ein bisschen gefragt, was euch interessiert. Und wenn ihr jetzt noch Vorschläge habt, geht gerne auf meinen Instagram-Account, bastian.neumann heiße ich dort, und kommentiert einfach das letzte Foto, wo ich das quasi gefragt habe. Oder halt auf Facebook, bei meiner Facebook-Seite, das findet ihr auch, wenn ihr einfach meinen Namen googelt, äh, Facebook, nicht googeln, äh, wenn ihr da meinen Namen eingebt, genau, Bastian Neumann. Und dann, glaube ich, steht da als Zusatz noch Ernährungspsychologie. Aber wenn ihr meinen Namen sucht, äh, so häufig ist er nicht, werdet ihr mich schon finden. Genau, und da könnt ihr einfach drunter kommentieren, falls ihr kein Instagram habt, was euch noch so interessiert. Und ja, genau, das habt ihr in der letzten Woche schon fleißig, fleißig, fleißig gemacht. Und da habe ich auch mal so ein bisschen geguckt, äh, was denn dabei ist. Also ich habe sogar auch viele Privatnachrichten von euch bekommen, die das so öffentlich nicht sagen wollten, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also könnt ihr auch gerne machen. Genau, und da habe ich halt so ein bisschen geguckt, was interessiert euch denn so am meisten und wo denke ich auch, dass, äh, da Bedarf herrscht. Und da bin ich jetzt letztendlich auf das Thema gekommen, Sättigung. Ich finde, Sättigung ist ein ziemlich spannendes Thema, weil es auf der einen Seite so super, super einfach ist. Jeder von uns weiß irgendwie, was es heißt, satt zu sein und, äh, ja, sich satt zu fühlen. Aber auf der anderen Seite tun wir uns verdammt schwer damit, damit aufzuhören zu essen, wenn wir satt sind. Beziehungsweise manchmal spüren wir das auch gar nicht mehr, dass wir satt sind. Wir wissen nicht mehr, wie es sich anfühlt durch diese ganze Diätgeschichte und so weiter. Und deswegen finde ich es wiederum so spannend, einfach zu schauen, was ist eigentlich wirklich nochmal Sättigung, wie fühlt sich das an und wie merkt man das eigentlich, ob man satt ist oder nicht. Und vor allem, wie kann man dann aufhören zu essen, wenn man satt ist. Also insofern ein super, super spannendes Thema, dem ich die heutige Folge widmen möchte. Und ich würde sagen, los geht's. Die Sättigung ist per Definition eine Eigenwahrnehmung, die sich physiologisch bei ausreichender Nahrungszufuhr einstellt. Und ich finde, diese Definition beherbergt eigentlich auch schon das eigentliche Problem. Sättigung ist eine Eigenwahrnehmung. Das heißt, es gibt keine klaren Signale, wo man vielleicht visuell ableiten kann, dass man jetzt satt ist oder irgendwie anders. Nein, das ist einfach eine subjektive Wahrnehmung. Das heißt, eine Wahrnehmung, die auch durch eigene Erfahrung geprägt wird. Durch die Erziehung beispielsweise. Was hat man mitgegeben bekommen? Ab wann ist man satt? Und da tragen zum Beispiel die Eltern auch eine große Rolle bei. Wie viel haben die Eltern gegessen? Wann haben die Eltern gesagt, jetzt bin ich satt oder bin noch nicht satt? Also das ist wirklich etwas sehr, sehr, sehr Individuelles. Natürlich gibt es da Signale. Aber diese Signale kann man natürlich auch auf unterschiedliche Weise interpretieren. Das heißt, einige spüren vielleicht so ein leichtes, volle Gefühl und sagen, ich bin jetzt satt. Und für andere ist das überhaupt erst das Gefühl, okay, jetzt hat das Essen gerade angefangen. Und die essen so viel, bis der Magen wirklich randvoll ist und danach schon fast ein Unwohlgefühl eintritt. Aber das haben sie so sehr als positiv abgespeichert, weil das das Zeichen für satt ist, dass sie sich damit gut fühlen. Und so ist einfach die Sättigung sehr, sehr, sehr subjektiv. Und deswegen ist diese Frage, wann ist man eigentlich satt, auch wirklich höchst kompliziert im Prinzip. Und um die zu beantworten, muss man sich mit sich selbst auseinandersetzen. Also ich kann jetzt hier keine allgemeingültige Antwort geben. Ich werde jetzt ein paar Signale hier noch aufzählen, die darauf hindeuten, dass man satt ist und dass man genug hat. Aber wie gesagt, die werden halt ja auch individuell interpretiert. Und deswegen, wenn du dir die Folge anhörst, dann geh danach am besten so ein bisschen in dich hinein und spüre so ein bisschen in den nächsten Tagen beim Essen, wie du dich dabei fühlst, wie sich das anfühlt in deinem Körper. Ist das eigentlich positiv oder negativ? Ist das eine Gewohnheit, dass du jetzt noch mehr isst? Oder hast du eigentlich schon genug? Also es ist wirklich so ein bisschen eine Reise zu sich selbst. Und man muss sich so ein bisschen drauf einlassen und sich damit auseinandersetzen. Also wenn du jetzt auf eine allgemeingültige Antwort gehofft hast, die gibt es bei diesem Thema leider, leider, leider nicht. Aber wie gesagt, ich werde jetzt so ein paar Punkte nennen, woran du dich orientieren kannst und hoffe, dass du damit die Frage für dich selbst beantworten kannst. Das wohl offensichtlichste Zeichen dafür, dass Sättigung eintritt, ist das Gefühl, dass der Hunger nachlässt. Das ist so offensichtlich, dass es für viele einfach gar nicht mehr gesehen wird. Aber das ist im Prinzip ein Zeichen, dass du langsam satt wirst. Also wir sollten im Optimalfall erst dann essen, wenn man so einen leichten Hunger verspürt, nicht dann erst, wenn man schon total hungrig ist, weil dann passiert es ganz schnell, dass man einfach zu schnell isst und zu viel isst und einfach Heißhungertacken entwickelt. Deswegen, wenn du ein leichtes Hungergefühl empfindest, dann solltest du im Idealfall essen. Und wenn dieses leichte Hungergefühl wieder nachlässt und ein Gefühl der Zufriedenheit sich einstellt, dann solltest du auch schon wieder aufhören. Also es geht nicht darum, sich komplett voll zu essen, sondern wirklich satt heißt, das Hungergefühl lässt allmählich nach. Ein weiteres Zeichen dafür, dass man satt wird, und das ist, glaube ich, auch das Zeichen, was für mich persönlich irgendwie den Aha-Effekt gebracht hat, also wo ich irgendwie selbst immer noch so ein bisschen meinen Sättigungsgrad dran messe, ist, dass das Geschmackserlebnis weniger intensiv wird, wenn man isst. Also ich kenne das total, wenn man richtig, richtig hungrig ist, dann kannst du mir etwas richtig, richtig langweiliges zu essen geben und ich finde das saulecker, also richtig lecker. Da finde ich sogar eine einfache Karotte richtig lecker. Und je voller man wird, also je mehr die Sättigung eintritt, desto weniger intensiv schmeckt das Lebensmittel eigentlich. Also jetzt mal wieder auf mein geliebtes Schokoladenbeispiel zurückzuführen. Das erste Stück Schokolade schmeckt eigentlich immer tausend Millionen mal besser als das sechste oder siebte Stück. Da ist man dann irgendwann schon so ein bisschen gesättigt vom Geschmack, aber auch vom körperlichen Gefühl. Und da merkt man, okay, so langsam kippt es. Und das ist eigentlich für mich ein total schönes Zeichen, weil im Prinzip will ich ja auch, dass mir das Essen richtig gut schmeckt. Also ich bin ja irgendwo auch ein Feinschmecker und ich liebe ja auch zu essen, was überhaupt nichts Negatives ist. Aber seitdem ich das für mich so ein bisschen erkannt habe, bin ich halt einfach total hinterher, nur noch wirklich dann zu essen, wenn ich so einen leichten Hunger verspüre, weil das Essen dann ja viel besser schmeckt. Und dann höre ich auch auf zu essen, weil ich weiß, okay, dann habe ich in ein paar Stunden wieder Hunger und dann schmeckt das Essen wieder so gut. Also für mich ist es irgendwie schon fast Verschwendung, weiter zu essen, weil dann schmeckt das, wie gesagt, ja gar nicht mehr so genial, wie das am Anfang schmeckt, wenn man leichten Hunger empfindet. Und das ist für mich so ein Ding, wo es bei mir so ein bisschen Klick gemacht hat und womit ich so ein bisschen rumspiele. Und zu guter Letzt ist es einfach auch noch so ein bisschen ein Gefühl der Zufriedenheit, des Wohlbefindens. Also wenn man satt ist, dann ist das so ein bisschen so, ach, schön, ich habe gegessen, ich fühle mich jetzt richtig gut. Und dieses Gefühl kippt aber schnell, wenn man sich wirklich vollfrisst. Wenn man wirklich, und da, ich sage ganz bewusst vollfrisst, weil ich habe das auch getan und ich weiß, wie viel so ein Magen halten kann, das fühlt sich eigentlich nicht mehr gut an. Also man ist zwar schon noch zufriedengestellt, weil man das einfach gelernt hat irgendwie, die große Portion macht einen zufrieden, aber körperlich fühlt sich das eigentlich nicht gut an, wenn man mal wirklich in seinen Körper reinhört und nicht nur irgendwie unachtsam mit sich umgeht. Das fühlt sich meist nicht gut an. Also eigentlich, wie es immer auch heißt, man soll dann aufhören, wenn es am besten ist. Wenn du dich richtig gut dabei fühlst und merkst, okay, mein Magen ist jetzt leicht gefüllt, kann man auch mal so ein bisschen die Hand drauf halten. Der Magen ist da so, wo die Rippenbögen quasi aufeinandertreffen, also so unterm Brustkorb quasi in der Mitte. Wenn man da merkt, okay, das fühlt sich jetzt irgendwie gut an, das ist noch nicht so super, super, super voll, aber es ist irgendwie gesättigt, dann sollte man im Idealfall aufhören und nicht noch weiter essen, weil man das einfach gewohnt ist oder weil man denkt, das schmeckt so gut und je mehr ich esse, dann kann ich den Geschmack ja länger anhalten. Schwachsinn, hör einfach auf zu essen. Wenn du in zwei Stunden wieder hungrig bist, dann kannst du ja auch wieder genau das Gleiche, was dir so gut schmeckt, weiter essen. Das heißt überhaupt nicht, dass du nie wieder dieses Lebensmittel essen darfst. Du sollst nur für diesen Moment aufhören, weil das für diesen Moment reicht und wie gesagt, beim nächsten Mal, wenn dieses Signal kommt, ich habe wieder Hunger, darfst du das Gleiche weiter essen. Das schmeckt immer noch genauso gut. Deswegen muss man da so ein bisschen wegkommen von dieser Denkweise, wenn ich aufhöre zu essen, dann verschenke ich etwas oder dann verpasse ich etwas. Also hör wirklich auf deinen Körper, fühlst du dich gut, lässt das Hungergefühl langsam nach und wie gut schmeckt das Essen, ist das überhaupt noch geschmacksintensiv oder nicht. Und wenn du das so ein bisschen hinterfragst, das könnten so Signale sein, die dich da so ein bisschen hinleiten können, deine eigene subjektive Wahrnehmung quasi zu beurteilen. Klingt doch eigentlich ganz machbar. Das ist auf jeden Fall die Reaktion, die ich meist von meinen Leuten bekomme, die ich coache und die ich beim Abnehmen begleite in meinem Coaching-Programm. Die sagen dann, wenn ich denen quasi von der Sättigung und all dem erzähle, was ich euch gerade erzählt habe, dass das ja ganz plausibel klingt und dass die das mal umsetzen. Und in der folgenden Woche bekomme ich dann ganz, ganz häufig das Feedback, dass sie sich damit dann doch ganz schön schwer getan haben. Und das liegt in der Regel daran, dass sie eigentlich nur nicht bereit sind für dieses Thema. Also das hört sich jetzt an, als wenn man sich da irgendwie qualifizieren müsste. So ist das nicht. Aber man sollte gewisse Voraussetzungen mitbringen. Sonst ist dieses Thema einfach oder dieses Ziel, sich daran orientieren zu können, aufzuhören, wenn man satt ist und so weiter, einfach zu hoch gegriffen. Also zwei Grundvoraussetzungen, die wirklich gegeben sein müssen, damit man sich darauf einlassen kann, ist einmal, dass man wirklich mit dem emotionalen Essen in gewisser Weise abgeschlossen hat oder das zumindest kontrolliert, das als emotionales Essen erkennt. Denn wenn man isst, aufgrund von Emotionen, dann kann man nicht erwarten, dass der Körper dir irgendwann sagt, jetzt habe ich genug. Weil Hunger war ja nicht der Grund, Hunger war ja nicht das Problem, weshalb du angefangen hast zu essen. Es war eine Emotion. Und das Gegenteil von Trauer zum Beispiel ist nicht die Sättigung. Das heißt, das hebt sich nicht gegenseitig auf. Du kannst, wenn du traurig bist und deswegen isst, kannst du wirklich Unmengen essen, weil du ja nicht bei deinem Körper bist. Du hörst ja gerade nicht auf deinen Körper. Du tust ja etwas nicht, weil dein Körper dir das gesagt hat. Das heißt, du kannst nicht erwarten, dass die Sättigung dir da irgendwann ein Stoppschild vorhält und sagt, hier, jetzt haben wir genug emotionales Essen betrieben, jetzt reicht es. Also wenn du aus einem anderen Grund isst als aus Hunger, dann wird keine Sättigung kommen. Das wird einfach nicht passieren, weil wie gesagt, das ist einfach nicht das Gegenstück dazu. Und deshalb muss man, bevor man wirklich sich darauf einlassen kann, wann bin ich satt, wann bin ich nicht satt, muss man sich mit diesem emotionalen Essen auseinandersetzen und wirklich das eigentliche Problem finden. Also ich sage ja immer, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Also schau, was ist dein eigentliches Problem und behebe dieses Problem. Das muss da gar nichts mit Ernährung zu tun haben. Das kann auch wirklich fernab von diesem Thema sein. Das kann eine Emotion sein, die aufgrund vom Streit mit deinem Partner zustande kommt oder irgendwas auf der Arbeit. Also es muss wirklich nichts mit dem Thema Ernährung, Essen, Abnehmen zu tun haben. Aber man muss einfach schauen, wie kann ich meine Emotionen regulieren? Wie kann ich die eigentlichen Probleme in meinem Leben wirklich lösen und nicht nur mit dem Essen quasi besänftigen, sondern wirklich endgültig lösen? Und wenn man das dann hinbekommen hat und nicht mehr aufgrund von Emotionen ist, sondern wirklich aufgrund von körperlichen Signalen, dann kann man auch wieder auf diese körperlichen Signale vertrauen, wenn man satt ist, weil die wird es dann geben und dann bist du bei deinem Körper. Du isst nur, weil du hungrig bist und wenn du den Hunger wieder spürst, dann spürst du auch die Sättigung. Also Grundvoraussetzung Nummer eins, du musst imstande sein, das emotionale Essen kontrollieren zu können, zu erkennen und nur aufgrund von Hunger zu essen. Die zweite ganz, ganz wichtige Sache, die quasi gegeben sein muss, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, ist, dass man Achtsamkeit beim Essen mitbringt. Also Achtsamkeit habe ich ja schon ganz häufig in diesem Podcast thematisiert. Zum Beispiel in Folge 3, so habe ich abgenommen, oder in Folge 40, Essen darf Spaß machen. Also da gibt es schon so einige Informationen, und da wird auch erklärt, warum das so relevant ist. Aber gerade beim Thema Sättigung ist es wirklich das Thema, also wirklich das Thema. Denn wenn man nicht achtsam ist, das heißt, wenn man nebenher ist, wenn man das Essen nicht wirklich genießt, wenn man nicht beim Essen ist, sondern gedanklich woanders, wenn man sich ablenkt mit Handy, Telefon, Laptop, wie auch immer, dann nimmt man einfach nicht wahr, wie viel man tatsächlich isst. Und dann ist es quasi auch unmöglich, die körperlichen Signale deuten zu können. Das heißt, Achtsamkeit ist key. Also Achtsamkeit ist wirklich so, 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 so wichtig. Erst dann kannst du wirklich in dich reinfühlen, bin ich eigentlich zufrieden, bin ich gesättigt, fühlt es sich gut an, oder noch nicht, oder bin ich schon zu voll. Also das ist wirklich, Achtsamkeit ist A und O. Und ich weiß, viele von euch tun sich nicht so leicht damit. Das habe ich jetzt schon häufiger als Feedback bekommen, dass sie es probieren und auch die Wichtigkeit erkennen, aber sich halt nicht so leicht damit tun. Und da möchte ich einfach nochmal sagen, das ist wirklich reines Training. Also wenn man sich Jahrzehnte anders ernährt hat, wirklich dieses Nebenbei-Essen und Unbewusst-Essen, dann ist das natürlich irgendwie auch zur Gewohnheit geworden. Das heißt, man muss auch wieder seine Gewohnheiten verändern. Und das dauert manchmal Monate. Also man sagt ja im Schnitt 66 Tage, das heißt so angepeilt zwei Monate. Und so lange sollte man sich ruhig auch geben. Und man muss sich ja nicht gleich direkt so unter Druck setzen und sagen, hey, ich ernähre mich jetzt bei, oder ich achte jetzt bei jeder Mahlzeit darauf. Man kann ja auch Step-by-Step anfangen. Man kann ja auch sagen, okay, abends nehme ich mir mal dafür Zeit. Und man muss sich zwischendurch auch wieder so ein bisschen dran erinnern. Also man muss ja auch nicht gleich als Ziel setzen, dass man die ganze Mahlzeit durchgehend achtsam isst. Also wenn man das schafft, natürlich wunderbar. Also wirklich gut. Aber wenn man am Anfang daran denkt und vielleicht sich noch darauf fokussiert und mit dem Essen, also mit der Zeit irgendwie so ein bisschen dann doch sich ablenken lässt, dann ist das vollkommen okay für den Anfang. Wichtig ist nur, dass man nicht sagt, hey Mensch, nee, ist nicht mein Ding. Ich bin nicht der Typ dafür. Klappt bei mir nicht. Das ist Schwachsinn. Das ist keine Typsache. Das ist wirklich Übungssache. Und in dem heutigen Alltag, in dem einfach so viel in unserem Leben passiert und wir immer multitaskingmäßig zehn Sachen gleichzeitig machen, fällt es uns einfach so schwer, uns auf eine Sache zu konzentrieren und bei einer Sache zu bleiben. Aber das ist halt Achtsamkeit. Und dadurch trainieren wir das einfach, indem wir das immer wieder machen. Und wir können auch in anderen Situationen achtsam sein. Allein wenn man spazieren geht, dass man dann wirklich achtsam in diesem Moment ist, dass man nicht daran denkt, oh, was habe ich morgen für einen stressigen Tag vor mir, sondern man ist hier und jetzt. Man genießt irgendwie diesen Moment. Man genießt diesen Ausblick, den man hat. Man genießt die Sonnenstrahlen, die auf einen runterscheinen. Man genießt die frische Luft. Also man ist wirklich im Hier und Jetzt. Und das macht diese Achtsamkeit aus, auch beim Essen. Du bist im Hier und Jetzt. Du genießt das Essen. Du genießt jeden Bissen, bis es wirklich zu einer Geschmacksexplosion in dir kommt. Und wenn du merkst, hey, irgendwie kommt es gar nicht mehr zu dieser Geschmacksexplosion. Und eigentlich ist dieser Punkt, an dem es wirklich richtig lecker und gut war, dass der schon zu Ende ist oder vorbei ist, dann tritt langsam die Sättigung ein. Also wirklich ganz, ganz, ganz viel Achtsamkeit spielt ja eine unglaublich wichtige und große Rolle. Das heißt, wenn man sich damit noch nicht so richtig befasst hat und da noch so kläglich scheitert, sag ich mal, dann kann man nicht erwarten, dass dieses Sättigungssignal zack, kommt. Also das ist wirklich ein Prozess. Das geht Step by Step. Man muss sich wirklich mit der Achtsamkeit auseinandersetzen, mit seinem emotionalen Essen, wie gesagt, auch. Und dann kann man langsam anfangen, wirklich seine eigenen Signale wahrzunehmen. Also wie gesagt, Sättigung ist eine eigene Wahrnehmung. Und da muss man auch ein bisschen den Sättigungsgrad für sich selbst definieren. Und ich würde euch das super gerne sagen, ab wann ihr satt seid. Ich habe auch schon häufig Fragen bekommen, wie ist die richtige Portionsgröße. Da gibt es keine allgemeingültigen Antworten. Das ist so individuell. Und da muss man so ein bisschen das auch für sich selbst definieren. Also ich war zum Beispiel eine Person, ich war überzeugt davon, dass ich riesige Portionen brauche. Ich habe einfach immer recht große Portionen so im Elternhaus aufgetischt bekommen. Und für mich war es klar, so viel muss ich essen. Und jetzt durch dieses achtsame Essen habe ich gemerkt, ich muss eigentlich super wenig essen. Also ich bin echt eine Person, ich brauche kleine Portionen. Also wirklich kleine Portionen. Und ich bin super schnell irgendwie zufrieden und sattgestellt. Und klar, dann habe ich vielleicht wieder nach drei Stunden Hunger, während ich früher vielleicht erst nach fünf Stunden Hunger hatte, aber aus langer Weile trotzdem zwischendurch gegessen habe. Also insofern ist es eigentlich total gut. Ich esse super gerne mehrmals am Tag. Und ja, das habe ich so ein bisschen für mich selbst rausgefunden. Also ihr müsst einfach die Sättigung für euch selbst definieren. Wann bin ich wirklich satt? Wann fühlt es sich gut an? Wann fühlt es sich richtig an? Und man sollte, wie gesagt, dann aufhören, wenn es sich am besten anfühlt und nicht dann, wenn man schon wirklich vollgefressen ist und eigentlich sich körperlich gar nicht mehr wohl fühlt. Also ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen, was man mitbringen sollte oder womit man sich schon mal auseinandergesetzt haben sollte, bevor man sich mit dem Thema Sättigung wirklich auseinandersetzen kann. Zum einen sollte man so ein bisschen unterscheiden können, wann man wirklich aufgrund von Emotionen isst und wann man aufgrund von körperlichem Hunger isst. Denn wie gesagt, die Emotionen lassen sich durch Essen nicht sättigen. Die lassen sich durch Essen so ein bisschen kompensieren und besser anfühlen, aber sie werden das Problem niemals lösen. Das heißt, es wird niemals dieses Signal kommen, jetzt hat man genug. Also klar, irgendwann ist der Magen voll und dann kann man auch nicht mehr essen, aber das ist ja nicht die Sättigung, das ist ja schon das totale Vollfressen. Und diese Sättigung, jetzt hat man genug, wird dann nicht so unbedingt kommen, wenn man aufgrund von Emotionen ist. Also da sollte man sich schon mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt haben. Zum anderen sollte man sich schon mal mit der Achtsamkeit auseinandergesetzt haben. Ganz wichtiges Thema. Man muss noch nicht der super Profi sein und alles total achtsam tun, aber man sollte wenigstens so ein leichtes Gespür dafür haben, wie fühlt es sich an, wie fühlt sich mein Körper dabei, wie schmeckt das Essen, ist das Essen überhaupt noch geschmacksintensiv oder lässt das langsam schon nach. Also man muss körperlich und gedanklich voll beim Essen sein und sich wirklich darauf einlassen und wirklich auch genussvoll essen. Genussvoll heißt auch, keine Diätregeln im Hinterkopf, von wegen, ich darf jetzt nur so und so viel essen. Also diese kognitive Steuerung steht immer so ein bisschen in Konkurrenz mit der körperlichen Steuerung. Und unser Ziel ist es ja wirklich, ein natürliches Essverhalten zurückzuerlangen, wo man sich wirklich auf seinen Körper wieder verlassen kann, dass der Körper dir sagt, du hast jetzt genug oder jetzt brauchst du wieder was. Das kann der Körper. Und wenn man jetzt wieder anfängt, alles mit dem Kopf zu steuern, so viel darf ich und das darf ich nicht essen und nach 18 Uhr schon gar nicht und so weiter, dann konkurriert das quasi. Also man muss diese Diätmentalität wirklich abschalten und sich auf seinen Körper einlassen und dem Körper vertrauen und bei dem Körper sein, achtsam nachfragen, was ist gut, was tut dir gut, hast du genug, schmeckt es überhaupt noch und dann, wenn du merkst, okay, ich bin jetzt zufrieden, dann kannst du aufhören und das ist quasi deine persönliche Sättigung und die kannst du jetzt die nächsten Wochen und Monate für dich herausfinden und dabei muss erst mal gar nicht zentral das Abnehmthema im Vordergrund stehen. Also klar, ich möchte auch nach wie vor immer noch abnehmen, aber mein Hauptziel ist es jetzt wirklich eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen, ein natürliches Essverhalten zurückzuerlangen, denn wenn man das geschafft hat, dann ist das Abnehmen ein Nebenprodukt, aber dafür langfristig und für immer und kontinuierlich. Natürlich wird man nicht so schnell abnehmen wie mit einer Crash-Diät, wo man in zwei Wochen fünf Kilo abnehmen kann, aber das ist halt nicht langfristig, deswegen auch wenn du abnehmen möchtest, schau erst mal nicht so penibel auf die Waage, denn wenn man probiert, so ein bisschen seine Sättigungsgrenze herauszufinden, dann kann es natürlich auch erst mal sein, dass man ein bisschen zunimmt, weil man auch mal probiert, mehr zu essen und so weiter, aber wenn sich das irgendwann eingependelt hat und das ist in naher Zukunft so weit, dann ist das überhaupt kein Problem mehr, das ist dann wirklich eine Win-Win-Situation und dann kann man auch wirklich langfristig abnehmen, also das konkurriert gar nicht miteinander, aber das Abnehmen steht erst mal nicht primär im Vordergrund, sondern wirklich dieses ich möchte wieder zu meinem Körper und zu mir und zu meinem natürlichen Essverhalten zurückfinden. So, das war's von mir in dieser Woche, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr konntet was lernen, ihr konntet ihm folgen, wenn dem so ist, dann würde ich mich super doll freuen, wenn ihr vielleicht auch eine kleine Bewertung da lasst, wenn ihr über iTunes hört, würde ich mich super, 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 super doll freuen, in der letzten Woche kamen echt paar richtig liebe Bewertungen, also wirklich richtig lieb geschrieben und darüber habe ich mich so sehr gefreut, also lasst gerne was da, wenn es euch gefallen hat oder empfehlt den Podcast euren Freunden, wo ihr denkt, hey, die könnten auch irgendwie was davon lernen und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche am Sonntag wieder und bis dahin probiert euch aus, findet eure persönliche Sättigungsgrenze und ja, probiert euch aus. Bis nächste Woche. Ciao. Einen ganz, ganz kurzen Nachsatz gibt es noch und zwar, wenn ihr euch über dieses Thema austauschen wollt mit anderen Hörern aus der Community und so weiter, postet gerne unter mein letztes Instagram-Bild, da werde ich euch quasi Platz und Raum geben für die Diskussion. Ich werde auch mitschreiben, kommentieren und so weiter. Also bei Instagram heiße ich bastieren.neumann. Schaut gerne vorbei und ich freue mich, mit euch hin und her zu schreiben. So, jetzt aber noch mein endgültiges Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.